Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde V-Reisen 5. Haben wir ja ewig jetzt nicht mehr gespielt. Ja, wir gehen ja mal raus. Ich weiß nicht, warum der Lexus ausgewählt ist. Ich hab absolut keine Ahnung. So, und wir gucken mal heute, was wir so machen könnten. Flugplatz querfeldeinstellen. Ich glaube, wir könnten das machen, weil wir sind auch relativ in der Nähe. Aber was wir mal machen, ist Automeisterung. So, das Auto wechseln. Denn wir nehmen den Bugatti, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch mein schnellstes Auto, was ich so in meinem Ding habe. Ich hab, glaube ich, kein anderes schnelles Auto. So. Kommt es jetzt? Hallo. Keine Copyright-Musik. Ich muss mal kurz her. Ich brauche Einstellungen. Wo sind hier die Einstellungen? Da. Einstellungen. Okay. Streamer-Modus machen wir mal an. Auch wenn ich jetzt nicht stream, aber trotzdem. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Okay, Colin. Ich habe die Route zu einer Rennveranstaltung. Nee, ich will... Ich... Ah, ist schon die. Okay. Staltung in der Nähe festgelegt. In 200 Metern rechts abbiegen. Ich denke, es ist aber auch so schnell. Rechts abbiegen. Hallo. Nee, ich will kein Foto machen. Ich will kein Foto machen. Ich spiel mich gerade. Also, die Musik ist jetzt an. Ich habe halt keinen Bock, dass ich jetzt hier irgendwas einstellen muss. Grechen. Junge. Kannst du mich jetzt mal bitte hier hinlassen? Danke. Es ist ein. Der Streamer-Modus ermöglicht das In-Game-Stream von Musik. Ah, okay. Also, da wird Musik angemacht. Keine Ahnung, ich lasse die Musik jetzt auch einfach an. Ist mir egal. Okay, so. Also, was ich machen sollte, ist eventuell die Musik etwas leiser, dass ihr mich auch verstrichen könnt. So. Baum. Ja, mit dem Gatti würde ich hier nie durchfahren. Die sind am Flugplatz. In 200 Metern, links abbiegen. Sag, wir haben es geschafft. Du hast dein Ziel erreicht. So. Kann man das auch solo machen? Okay. Äh, empfohlen sind die hier. Hm, aber welche sind denn geil? Die sind alle scheiße. Außer der hier. Der ist völlig geil. Mehr Geschwindigkeiten. Hm. Merde, die sind alles. Mmh. Es hat sich nicht zum Beispiel. Das ist ein, wie sie enthägen ist. Wir nehmen einfach unser aktuelles Auto erstmal. Mal gucken wie der fährt. Der Bugatti. Digga. Ich weiß nicht ob das ein Fehler wird. Ich hab auch immer noch dieses Weihnachtszeug an. Ich hab das irgendwann mal gemacht und mach es immer noch an. Egal. Lassen wir einfach mal so. Ja, Rennveranstaltungen starten. Also mach ich das jetzt alleine oder was? Ne mach ich nicht. Ey, ich hab zu spät auf Gas gedrückt. Ey, das war gar nicht mal so schlecht. Ich bin einfach auf dem Auto gelandet. Ich komm mit dem Bugatti schnell ins Schleuder. Aber es macht nichts. Ok, es macht doch was. Ok, ok, ok. Jetzt kann ich richtig rausgeschleunigen. Ja, perfekt. Ah, Mann ey, das ist doch kacke. Das war jetzt richtig kacke. Aber Junge, ich bin ja voll geil gedriftet eigentlich. So, jetzt. Nicht driften. Ah, ich bin schon wieder aus der Bahn. So. Ja. So. Raus beschleunigen. Raus beschleunigen. Ja, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. Ich habe einen gerammt. Oh gut, ich bin gerade ins andere Universum gefahren. Okay, das war nicht so schlau. Nein, nein. Oh, warum fährt der denn immer da rein, Junge? Bremst doch schon. Bremst jetzt richtig. Okay, wir haben, glaube ich, irgendeinen Pass verloren gerade. Nee, nee, das ist absolut unmöglich. So, jetzt. Okay, 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 okay. So, rauszuschneudigen jetzt. So. Okay, 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 okay. Also, eine Runde gibt es sogar noch. Oh, ich habe die nicht gekriegt. Stark. Dass man überall durchfahren kann, sonst macht der vorn, weil immer so überall Finger hin, das hat jeder da ja, das war's. Komplett. Okay, okay, okay. Bescherinigen, bescherinigen, bescherinigen. Ja, war nicht so eine geile langsum. So, und jetzt? Boah, der war clean. Aber der andere ist ja übelst schnell, wie soll ich den noch hinterher kochen? Oh. Ich werde überholt, ich werde überholt. Nicht überholen lassen. Okay, 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 okay. Und jetzt rauszuschneudigen, rauszuschneudigen. Beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. Bremsen, wieder Gas geben. Die Kurve sehr gut genommen dieses Mal. Sehr, sehr gut genommen, habe ich die. Und ich bin auf dem zweiten Platz. Habe ich das? Ja. Bam. Ey, jetzt mal ehrlich. Der war nicht so schlecht. Zweiter. Und ich bin noch auf dem zwölften oder elften gewesen. Geil. Ich bin zwar nicht erster geworden, aber macht auch nichts. So. Gewinner. Keine Ahnung mehr, dass wir sind. Ah, wir sind jetzt sogar im Level aufgestiegen. Was kriegen wir? Bitte was geiles. Oh, 20.000 Quats. Wow. Hey Colin. Moin. Willst du, Pedro Royale? Das ist der Eliminator. Ein episches Event, bei dem jeder gegen jeden Antritt und am Ende nur ein Gewinner übrig bleibt. Du kannst dich noch anmelden. Hola. Willst du Verstecken spielen? Bring fünf deiner Freunde mit und triff mich hier. Ich mach gar nichts. Wähle das nächste Kapitel von die Abenteuer. Auszeichnung ansehen. Edition. Komm in Mexiko. Welcome in Mexiko. Expedition, Junge. Oh, da haben wir ein Geschenk. Hallo. Zur Belohnung springen. Ja. Weiß abholen. Ein 207 Super 2000 Peugeot. Okay. Und was sollen wir jetzt genau machen? Auszeichnung. Ja. Sind ja immer noch. Ach so. Hier. Fähigkeiten. Forza-Link-Ultra-Kombo. Ticker. Ja, das hab ich ja jetzt gemacht. Egal, Leute. Ich würd sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Solver vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Auch wenn du's grad sieben Stunden trenn, ich würd tausend Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berge klemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu plennen. Wow, oh, 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 oh. In deinen Armen zu plennen. Wow, oh, 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 oh. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu plennen. Vielen Dank.